So. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Ich müsste doch jetzt erstmal die Waffe wechseln. Und zwar da drauf. So. Nein, das kann doch... Wie soll ich denn... Bitte. Das gibt's doch nicht. Wer hat denn das jetzt gesehen? Ach, das kann nicht wahr sein. Echt? Ich werd hier grad wahnsinnig. Wie soll ich denn den Typ erreichen, ohne gesehen zu werden? Und dann noch aus der Luft? Na. Bleib doch einfach im Versteck, du Idiot. Und ich frage mich, warum ich nicht einfach auf den Typ schießen kann. So, die laufen da lang. Aber wo verstecke ich mich jetzt da oben? Das wird sehr, sehr hart. Kann ich euch sagen. So, der läuft hier vorbei. Das muss lang. Wieso kann ich denn nicht von hier aus einfach mit der Pistole den Typ in den Kopf schießen? kackt die Wand an, ey. Kann ich denn irgendwas mit Rauchbomben machen oder so? Ich bin da echt grad ein bisschen... Ne, wir haben keine Rauchbomben mehr. Was haben wir denn noch? Sprengfalle... Giftpfeile. Wir könnten den so leicht mit dem Giftpfeil kaputt machen, den Typ. Na, komm. Ich renne jetzt erst mal hier in dieses Versteck. Und hänge mich jetzt hier an die Wand. So, da ist der Typ. Und wie soll ich denn mit einem Luftattentat vielleicht über das Zelt? Von hier könnte es vielleicht gehen. Der Connor klettert ja eh über alles drüber. Und wenn er jetzt pfeifen würde, dann könnten wir den Typ herpfeifen und da runter strumpfen. Das wäre so easy. So, Moment. Jetzt warten wir die Leute noch ab. So, und jetzt über das Zelt drüber. Na, das macht er nicht. Wie soll ich denn... Ach, das war ein Luftattentat. Ach so. Äh, okay. Ich habe gedacht, der soll jetzt so richtig auf den Traum springen und so. Warum? Ja, warum? Du Idiot. Hast du das getan? Frag mich. Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Irgendwie sagen alle, warum ich verrückt bin. Zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Alter. Okay. Ich weiß ja auch nicht. Alle sagen, warum, warum? Und dann sagen die immer, dass die nur Gutes wollten, aber schießen alle aufeinander. Ach, da verstehst du ja auch nicht. Also das ist doch alles gesch... Also das ist doch... Die sagen doch nur, was sie wollen. Der andere hat auch gefragt, warum hast du das getan? Weil du den, den... Ich wollte den, den beschützen. Ja, aber ich doch auch. Langsam komme ich mir vor wie der Böse. Wir müssen auf jeden Fall den Lee und den Fati wahrscheinlich noch umbringen. Wir haben zu viele verloren. Zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtig. Boah, ist auf jeden Fall ein ganzes hartes Stück Arbeit hier. Ist das Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Das war jetzt auch mal wieder was hartes. Da kriegt man jetzt einen Haufen Kreuze. Oh, eigentlich nur eins. Boah. Echt, das ist, äh, wird streckenweise ganz schön hart. Weil du auf so viele Sachen achten musst. Und dann stelle ich mich natürlich auch noch ein bisschen dumm an und so. Aber immer noch extrem geil. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Was ist jetzt los? Ah ja. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt. Ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, für wahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. in etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich würde sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Davenport-Siedlung 1776 Sequenz 8 Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder dein Vater verfolgt. Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexus? Soldaten? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Hahaha, mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Hallo, der hat dich ausgebildet. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Ja. Kannst du mal... Ja, du... Connor, ne? Bist ja auch nicht hier der King. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, ha? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander-in-Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Was? Wie geil! New York! New York! New York! Cool! Bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt weiter geht hier. Äh, wo müssen wir denn hin? Wieder ins Grenzland. Äh, lass uns doch dann lieber mit dem Schiff fahren. Ey, ich weiß ja nie... Ach komm, wir gehen so hin. ich weiß ja dann nie genau, wo es dann ins Grenzland hingeht. So. Wenn da stehen würde, geh nach Boston oder sowas, dann würde ich mit dem Schiff fahren. Aber da steht ja dann einfach nur nach Grenzland reisen und dann, äh, weiß sie nicht, ob das jetzt im Grenzland ist oder ob es in Boston ist. Ach so, ja. Natürlich, das akzeptieren wir. Tididi, tidididi, tidi. Ach ja, die Aufmachung ist schon cool. Sieht extrem cool aus. So, muss ich jetzt den ganzen Weg hier wieder galoppieren. New York. Krass. Wow, wir gehen nach New York. Ja, bin ich jetzt schon in New York oder was? Natürlich wollen wir nach New York reisen. Wie geil ist das denn? New York. Wir wollen auf dem Times Square. Wir wollen, keine Ahnung, wohin. Cool, New York. Noch ohne Freiheitsstato wahrscheinlich. Tja, wir stehen mal schön hier im Holz drinne und wir können uns auch nicht bewegen. Doch, jetzt geht's. So. Nein, nicht aufs Pferd. Aber dann, dann geh halt aufs Pferd. So. Abgekürzt, Edge. Ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Okay. Bin ich mal gespannt, wie es hier noch weitergeht. Also die Action-Szenen sind sehr krass schon. So. Kommt's irgendwie so vor, als hätten wir nichts geschafft, aber wir sind ja schon ein ganzes Stück weitergekommen. So, aus dem Weg, junge Dame. Weg da. Kannst du mir über Thomas Hickey sein? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Muss noch mal kurz gucken. Ja, hier ist halt noch gar nichts frei, aber jetzt cool. Jetzt sind wir auch noch in New York. So. Kannst du nicht ein bisschen schneller reiten? Da wollten wir manieren beibringen, aber komm, wir springen hier über die Kisten. Na, das kann er nicht. Cool, ein Marktplatz. Huch. Könnt man in Minecraft auch mal bauen, hier so ein Ding. Sind wir da, ja? Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld, nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Verfälscher- Verfolgung, das machen wir doch. Ich würde ja auch gern mal hier jetzt oben drauf klettern. Huch. Naja, gut, dann laufen wir dann hinterher. Ja. wiederholt. Hallo! Mh mh mh